Das Obelink Fiera Space Easy Air ist ein schönes aufblasbares Vorzelt für Ihren Wohnwagen mit einer Höhe von 2,5 Metern. In diesem Video werden wir Ihnen mehr über dieses Vorzelt erzählen. Hallo, das ist Jeffrey und ich bin Bram und willkommen bei Obelink. Das Obelink Fiera Space Easy Air ist ein Vorzelt, das zu jedem Wohnwagen passt, dessen Schienenhöhe zwischen 2,35 und 2,5 Meter beträgt. Die Schienenhöhe wird gemessen von der Schiene bis zum Boden. Nachdem wir das richtige Maß bestimmt haben, können wir den Keder durch die Schiene am Wohnwagen ziehen. Das klappt am besten zu zweit. Ein Person führt den Keder in die Kederschiene und die andere Person zieht ihn weiterhin durch. Sobald das Vorzelt richtig sitzt, können wir damit beginnen, die vier Ecken aufzustellen. Beginnen Sie immer mit der hintersten Ecke. Ziehen Sie das Vorzelt senkrecht nach unten und befestigen Sie den Hering schräg unter dem Wohnwagen. So passt sich die Schutzleiste am besten an die Wohnwagenwand an. Ziehen Sie die Seitenwände stramm und befestigen Sie die vorderen Ecken. Drehen Sie nun das Ventil fest und drehen Sie den Deckel auf. Nun kann mit dem Aufblasen begonnen werden. Pumpen Sie immer zuerst die mittlere Luftkammer auf. Pumpen Sie die Luftkammern des Vorzelt so weit auf, bis der grüne Bereich des Manometers erreicht wird. Das Zelt erreicht beim Aufpumpen von allein seine Form. Für extra Stabilität im Dach werden zwei Dachbalken mitgeliefert. Pumpen Sie diese auf und platzieren Sie sie an der Innenseite Ihres Daches. further Stangermitilke geliefert. Hiermit können wir die Schutzleiste noch fester gegen die Wohnwagenwand andrücken. Nun können wir mit dem Spannen des Zeltes anfangen. Spannen Sie immer zuerst hinten. Ziehen Sie auch die Spannbänder gut fest. Außerdem werden noch ein paar Sturmbänder mitgeliefert. An der Seite des Vorzelts befinden sich die dazugehörigen Clips. Wir haben nun ein schönes Vorzelt mit zwei aufrollbaren Vorwänden, mit Lüftungsgitter und jede Seite ist mit einer Tür ausgestattet. Was wir auch tun können, ist die Vorwände in ein Schützdach umzuwandeln. Sie können sowohl aus der linken Vorwand, als auch aus der rechten Vorwand ein schönes Schützdach formen. Und außerdem wird auch noch eine Bodenplane mitgeliefert. Dank dieses Knicks im Dach kann Wasser besonders gut ablaufen bei Ihrem Vorzelt. Wenn Sie noch zwei extra Luftkammern dazu kaufen, erreichen Sie damit noch mehr Stabilität in Ihrem Vorzelt. Haben Sie noch weitere Fragen zu dem Oberlink Fiera Space Easy Air oder zu anderen Produkten? Besuchen Sie dann unser Geschäft oder unsere Website obolink.de. Möchten Sie noch mehr Videos sehen? Abonnieren Sie dann unseren YouTube-Kanal. ARD Text im Auftrag von Funk